Hier, das Ding ist ja, guck mal, jetzt werden sie den Hadekirchen. Ja, aber ist doch egal, ich hab die Minderung schon getötet. Die Spawner trotz noch was. Ja, du hast getötet. Ist die blind? Wow! Nein, lass mich stehen. Fuck, die uns drücken sind aber ordentlich. Damage aber. Auf die Minderung. Jedes vierte hat ja noch ein extra, ne? Ja, genau, das ist okay. Digga, jetzt die Bälle? Jetzt stehen lassen! Juckt sie mich! Voll, er will Drake machen. Meli ist hinter dir. Ja, gut. Nice action. Ich höre auf, leider. Was ist der Wadawan gegen mich, leider? Was geht denn los? Quatsch, äh. Schlitz, schlitz, schlitz! Ja, das ist ohne. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Er ist richtig behindert in die Karte reingelaufen. Ha, ha! Mach ich! Puh! Bleib, moin. Kein Wunder. Moin! Moin! Ha, ha, ha! Das war richtig dumm, ey! Moin! 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 Ich hab' den Exos! Ich hab' den Exos! Oh, Jin is auch mutig! Ich hab' den auch noch! Eschmir, was machst du denn, Alter? Hast du's gesehen? Ja! Der Flash ist jetzt! Ja! Was? what?! Was? Was war wirklich? Das war klar, dass er sie jetzt machte. Jetzt! what! What the fuck! I'm like, wer ist denn hier? Oh, ich bin hier? Okay, Drayko, oder? Alles klar? Hey, nicht mehr. Will? Aha. Alter, der Shen macht sie so nass, ey. Oh, siehst du. Loil, hätte er den nicht. Ding sich gefällt. Was macht sie? Was macht sie? Loil. Oh mein Gott. Easy. Mal Zeit. Es ist so dumm, weißt du? Loil macht wirklich alles um League of Legends, also ne, Quatsch. Rito macht alles um League of Legends zum eines der easigsten vom Setting unserer Games zu machen, dass es je rausgekommen ist, ne? Man hat unten rechts vier Bilder. Da ist ein grüner Punkt. Der grüne Punkt bedeutet, die Ultimate ist ready. Oder ein blauer Punkt. I get it. Ich nicht. Why? Der blaue Kreis ist nicht vollständig. Ich engage. Was?